Das ist der Polar Express. Er ist ein schöner Weihnachtsfilm. Ich habe ihn jedes Jahr zu Weihnachten mit meiner Familie angeschaut. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken und frohe Weihnachten! Am Abend vor Weihnachten vor vielen Jahren lag ich still in meinem Bett. Ich raschelte nicht mit dem Laken und atmete langsam und leise. Denn ich lauschte auf ein Geräusch, das ich befürchtet hatte niemals zu hören. Das Schlittengeläut des Weihnachtsmannes.